weiter geht mit Iden Hazard wir sind immer noch bei 2000 die Transferliste ist aufgeräumt ein Stück weit und Rodriguez ist drin ja du bringst wahrscheinlich nichts vielleicht kommt noch ein Zauberwürfelpack äh ich löse ich ein Dankeschön du kommst auf die Transferliste und den Rest stoße ich ab so, dann sind wir jetzt bei 2000 Münzen achso, äh, ja dann guck gleich noch ein Zauberwürfelpack ich habe es jetzt völlig vergessen ich überspringe aber so auch nichts besonderes drin Tank für die Verträge ich habe auch zum Glück nicht 3000 oder so ne, wie viel war das? 600? 700? ne okay, ein Zauberwürfelpack mit Messi drin das muss Messi herbeizaubern das muss Messi herbeizaubern einfach nur komm schon wo Messi drauf ist, muss auch Messi drin sein er ist der neue Messi ja, das habe ich ab jetzt so beschlossen das ist ähm jetzt ab sofort ähm was gibt es denn noch? ja, der Smiley ist ja leider kaputt gegangen ne? okay ein wie nennt man das? äh, ein ein, 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 ein Leucht-Stick-Pack hallo? ob ich auch damit überspringen soll? weiß nicht nein, ich kenne nichts äh, wer das auch immer sein mag Kraft! yeah! der braucht kein Mensch äh, geil! und ne FC Bayern war mh, das wollte ich schon immer war haben äh äh nein ja genau, als war mal aktivieren natürlich äh, so das nächste folgt zugleich Kalijuri ähm ähm und ihr wappen vom Ajax-Amter, dann wollte ich auch schon immer mal haben wo Alaba drauf ist, muss ein Team, muss ein Team Mitglied Ribery in Form drin sein komm schon! wow! Alter, das ist gar kein so schlechtes Peck ne, aber so wow, hallo! und schon wieder Kramer Kramer in seinem Arsch! was? äh, ja ach, dieses Scheiß-Mikrofon hier, ey Tim Howard! Markizio! äh ich freu mich ja so über diese Ausbeute, die wir heute tun pfuh gleich haben wir schon 350.000 hinter uns Higuain drauf, Higuain nicht drin und Douglas toll, und schon wieder Kevin Trapp warum wird der eigentlich nicht angezeigt? der hat doch die beste Bewertung aber ist ja zufällig, glaube ich hallo! scheiß Ding, ey Alaba dann eben Messi Alaba 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 Eto ja ich hab's voll drauf voll voll mega ich weiß was das nächste Pack ist ein neues Pack inzwischen hab ich den Glauben aufgegeben genauso wie gestern beim Fußballspielen im normalen hab ich auch aufgegeben und dann oh plötzlich kam noch was aber erst am Ende so Thunderwheel der ist doch auch nicht wert, oder? Passvergleich 3.000 nein okay du bist doch auch nicht wert, oder? du bist nichts wert du bist doch auch nicht wert nein gut 400 Menschen verdammte Scheiße ich bin wieder in FC Barcelona aufwärtsdrikot alter wollt ihr mich eigentlich verarschen? bringt doch so oder so nicht ah Higuain immer noch ohr wir sagen wir immer wenn ich röse in die Hälfte kommen dann sind wir mit mir die Allianz Arena Alter ich möchte vielleicht mal eine Römerie der Deutsch spielt in den Vorbilder oder Robben Prozent Prozent wie er sagt er auf ihn er ist er drinnen ein natürlich da hat mir die Tja Prozent und Jürgen Klinsmann verdammte Scheiße wird auch für nichts verkehrt die zu 100.000 Fuhren und Wohr! Ähm... Verträger, Verträger, Verträger... Spieler-Fitness. Man, nicht eine Info in 350.000 Münzen, ey! Gestern war das alles in einem Pack drin. Das war unfair, ey! Okay, das meine ich jetzt nicht, also... Doch, wenn FIFA jetzt denkt, dass ich das ernst meine, Ronaldo hätte nicht ins Team des Jahres kommen dürfen. Und auch nicht die beste Bewertung. Also, ja, nicht ins Team des Jahres, nicht die beste Bewertung. Ronaldo! So, Gott, das! Oh mein Gott! Eine 82er Bewertung, das hatten wir ja lang nicht mehr. Ja. Das ist ja mal was ganz Neues. Äh... Oh, mich juckt's am Kopf, ey! Oh, ey! 125.000 Münzen, yeah! Läuft bei uns! Wenn da jetzt... Wenn da jetzt langsam nichts über eine 85er Bewertung drin ist, ne? Dann fresse ich danach das Mikrofon. Oder ein Blatt Papier. Ist mir egal. Das ist meine ich völlig ernst. Wenn im letzten Pack nicht irgendwas geiles drin ist. Und davor auch nicht. Dann fresse ich ein Blatt Papier. Sogar vor dem letzten Pick vielleicht. Boah! Über 85er Bewertung gab ich schon! Hallo! Alter! Yeah! Und gleich haben wir noch 100.000 Münzen übrig! Toll! Schon wieder Gabriel! Ey! Dann wollen wir Willen denn haben! Weißt du was? Ich nehme das sogar auf, dieses komische, wie ich ein Blatt Papier esse. Das nehme ich auf und lade das dann auf meinem Kanal wieder hoch. Aber natürlich tue ich es noch mitten in der Aufdrabel. Serlan Tusky! Der spielt auch noch! Das ist ja mal toll! Oh! Gott! Ey! 99.000 Münzen! So viel habe ich noch nie für Packs ausgegeben, ne? 100.000 Münzen. Die letzten starten durch. Oh! Bufong! Yeah! Wow! Warte! Was für eine Bewertung? Der hat denn das 83er war? Ach! Komm! Fick dich, ey! Mann! Schnarch! Scheiß FIFA, ey! Komm schon! Mh! Aber das ging irgendwie schnell! Ich habe damit gar nicht gerechnet! Äh! Willkommen zu den Nisten! Ey! Hätte ich jetzt nochmal die Allianz Arena oder so gehabt, ne? Wow geil! Werder Bremen! Das muss ich unbedingt behalten! Werder Bremen! Ich brauche schon Werder Bremen! Es gibt viel mehr Vereine, die viel interessanter sind! Und Spieler! Geil! Wer ist er denn? Ah, Hüther! Ölbundesliebe! Geil! Manchester City, äh Manchester United, ne City Heimtrikot! Das wollte ich auch schon immer mal haben! Alter! Alter! Ich kenne mich gleich! Ich will doch noch eine 85er Bewertung! Da muss ich auch kein Blatt Papier fressen! Oh Mann ey! 193! Ja, Messi hat selbst EA zugegeben, dass Messi ein kleiner Cheat von EA oder FIFA ist! Oh Alter, mir ist schon schwindelig! Jaaa! Wuuu! Ginter auch noch! Haben wir auch noch so einen komischen Typen, den wir noch nicht hatten! Für Fitness und so! Verkaufen! Jaaa! Das ist doch ein 3.000es Mal! Ich bin top! Ich sag dazu nichts mehr! Ich hab Hunger inzwischen! Oh mein Mann grubbelt schon! Alaba ist drauf! Alaba nicht drin! Wow! Ich kann hellselig! Ich sollte Vorsage werden! Für EA! Und dann kommt immer so ne Ansage! Alaba drauf! Alaba nicht drin! Messi drauf! Messi nicht drin! Alaba drauf! Alaba nicht drin! Pass auf! Tada! Das sollte ich wirklich machen! Damit verdiene ich mehr Geld als Himmel! Oder kann ich mir eher die Spieler leisten als wenn ich... Ah! Scheiße! Yeah! Knopf! Dann kann ich mir wenigstens die Spieler kaufen, die ich auch haben will! Weißt du was? Wir machen jetzt ein Bäckertüten! Hehehe! Ein Bäckertütenpack! Diese Bäckertüte hat es nämlich in sich, ja? Hehehe! Ob ich auch damit überspringen soll? Hehehehe! Ein Bäckertütenpack! Okay, das war nichts! Ich hab nämlich auch nicht übersprungen! Das ist jetzt meine Aussage! Hehehe! Und Schranze! Was ist das? Das war drin! Schon wieder ein Gladbacher Spieler! Das ist doch voll nicht wahr! Oh! Kann ich mal ein Bayernspieler drin sein! Einen Bayernspieler hatten wir drin! Dankeschön! Fuß! Achso! Äh! So! Jetzt überspringe ich auch! Eins! Zwei! Drei! Jetzt geht's natürlich! Mangala! Yeah! Hehehe! Wollte ich auch schon immer mal haben! Yeah! Woo! Jetzt geht die Party hier ab, ey! Nach 36.000 Münzen! Dann sind wir endlich da! Wann haben wir endlich Messi? Jetzt haben wir Messi! Jetzt haben wir Messi! Na, ich... Woaa! Stinde! Yeah! Ja! Ha! 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 Was ist ja geil! Und ein Wappenvoll Wolfsburg! Das wollte ich auch schon immer mal haben! Hm komm! Leck nicht! Ich muss mir gleich schon mal ein Blatt Papier holen, ey! Oh! Muss ich hier gleich noch fressen, ey! Ich weiß bloß nicht! Soll ich so ein... Soll ich so ein kleines Stück oder... Soll ich so ein... Großes eher nehmen? Hallo! Hehehe! Ähm... Vier Packs also noch! Oder ein paar zerquetschte! Ja! Und das nächste folgt! Geil! Zieler! Bam! Das hab ich euch gegeben! Weil jetzt hab ich Zieler und ihr nicht! Alter! Das ist so mega! Das ist so mega! Und ein Geldtrikot! Mann! Du mir das nicht an! FIFA! Warte! Ist das jetzt das letzte Pack? Ne das vorletzte? Oh ne! Ich muss mir jetzt... Oh ich muss Papier fressen! Das ist einfach mega! Papier! Ich komme! Hallo! Ich hol mir mal Papier! Äh... Was ist das? Papier! 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 Achso! Äh... Echt? Äh... Ich glaub das...